Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Attention Hangar 84G, there is a prison riot in progress A contingent of the 501st is inbound from an exterior inspection Join up with the squadmates in the Hangar, and quell this riot Rebel forces are converging on Hangar 84G We cannot allow any of them to escape Defend the Hangar Rebel, take him out! Hey! Burback! Nice finish trooper A contingent of the men's 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Dr. One of the Rebels managed to get his hands on the plans for this battle station. We cannot allow those plans to leave this outpost. Dispatch the Rebel carrying the plans and return them to our forces. Geht's gut! Oh, ja. Das war gut. Die Pläne haben sich geschlossen. Die Prisoner haben die Feuerkontrollen geschlossen. Du musst nicht ermöglichen sie den Hauptkanon verletzen. I love those Rebels dead! Nice running, Dropper! I love those Rebels dead! Let's go! You're dead! You're dead! You're dead! You're dead! You're dead! I'm dead! Good luck! I'm dead! I'm dead! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 The fire control room is ours The rebels have infiltrated Hangar 85G and are preparing to escape in one of the shuttles Get to the Hangar and take out that shuttle before it takes off The fire control room is ours 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 The rebel leader has been destroyed. Our reinforcements can take it from here. The uprising has been crushed. Well done, trooper. Lord Vader will be most pleased with your performance. Nach dem peinlichen Gefängnisausbruch versetzte Lord Vader uns und schleifte die 501. quer durch die Galaxis, um nach den jetzt fehlenden Plänen des Todessterns zu suchen. Ironischerweise war unsere Strafe unsere Rettung. Die armen Schweine, die an unserer Stelle im Inhaftierungsblock saßen, wurden alle ausgelöscht, als der Todesstern vernichtet wurde.